Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Endlich mal was von Minecraft. Ihr habt es euch so lange gewünscht und wir haben euch jetzt mal was von Minecraft besorgt. Etwas kleines und zwar, ja so klein doch nicht, ein Zombie, ein Overworld-Zombie. Ab sechs Jahre geeignet, aus der Series Number One von Minecraft natürlich. Wir haben hier noch so ein Block. Was für ein Material ist das? Denn wisst ihr, Minecraft-Spezialisten wahrscheinlich am besten und dann auch diese Schwert. Wie nennt man denn diese Schwert bei Minecraft? Ich glaube, das hat einen ganz besonderen Namen. Und wir sehen hier von Mojang, den Zombie. Was für ein Typ das ist. Zombies are common mobs, pursue the players on site and continue chasing even after being attacked. They can catch fire in the sunlight and make a moaning, groaning sound. Ja, Zombies auch bei Minecraft. Nicht so toll. Auch hier zum Beispiel Creeper. Gefallen mir auch gar nicht. Enderman und der Steve. Seid ihr denn auch der Steve? Oder wie sieht denn euer Minecraft-Charakter aus? Wir packen das mal aus. Hier der Block, der gecraftet wird durch verschiedene Sachen wahrscheinlich. Wir sehen hier ein Zombie. Ja, sehr cool eigentlich. Und das Schwert. Kurz nach unten. Und unseren Zombie begutachten. Und was ich sehr cool finde. Wir können hier machen, was wir wollen. Also sehr, sehr cool. Wir können den Kopf bewegen. Oh, oh. Das war nicht so toll. Hier können wir den Arm wieder dran machen. So oder auch andersrum. Völlig falsch gemacht. Sie sehen, hier können wir auch alles abmachen. Und hier kommt es wieder an. Kann sich bewegen, wie er will. Wirklich sehr, sehr cool das Ding. Unser Zombie. Sehr cool. Der kann hoffentlich auch stehen. Wir können den auch... Können auch komplett mal andersrum sein. Hier das Schwert. Kann er das denn festhalten? Ja, kann er auch. Und hier der Block. Sehr, sehr cool. Die werden wir natürlich sammeln. Leute, was sollen wir denn noch für Figuren vorstellen? Heute mal eine kurze Vorstellung von einem Minecraft-Zombie. Gefällt uns wirklich sehr. Zockt ihr dann selber auch Minecraft? Schreibt es doch in die Kommentare. Ich habe es mal angezockt, aber dann auch nicht weiter. Können wir aber gerne mal machen. Und wenn ihr sowas wie Minecraft sehen wollt, zum Beispiel Spiele oder auch Apps, dann checkt doch unseren Kanal Spiel mit mir Apps und Games ab. Seht ihr jetzt hier oben. Da zocken ich, oder die Nina und ich, zocken da täglich neue Apps für euch. Vielleicht auch mal Minecraft. Wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Abonniert auch den anderen Kanal. Abonniert selbstverständlich diesen Kanal. Minecraft-Zombie. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.